Ja und somit Willkommen zurück zu einer neuen Folge Far Cry Primal Primal Eimel. Ihr wisst schon was ich meine. So was haben wir hier alles? Nix mehr? Ok gut. So in der letzten Folge haben wir ja viel Mist gebaut. Was machen wir jetzt für Mist? Wir haben eigentlich nur noch die drei Dinger da. Das heißt wir gehen jetzt erstmal zu dem da. Schnellreise. Wow. Wieder alles kalt. Ok aber erstmal hier alles aufrüsten. Das. 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 Ja. Super. Splitter. Hi. Gut. Dann komm Uchi. Wir müssen die Udams platt machen. Der Boss aller Bosse. Der Boss. Äh. Moment. Ja. Wir müssen da runter. Ja ja. Kommen wir dann da auch wieder hoch? Probieren wir es mal. Mit Gemütlichkeit. Zack. So. Wie kommen wir jetzt da wieder hoch? Na. Na. So. Häng ich gerade in der Luft? Nein. Ne. Hier komm ich nicht hoch. Ich komm jetzt. Na. Ich komm hier nicht hoch. Wie komm ich denn jetzt da hin? Gute Frage. Hm. Außenrum vielleicht? Weil. Da ist was. Ja. Idiot. Nächstes Mal direkt da gucken. Danke. Ah. Ich glaub nicht, dass wir hier lang gehen können. Moment. Was denn für Schutz? Ach. Fällt der Knopf. Also. Das ist äh. Da. Bombengürtel. Ja. Ubisoft Club. Ah. Wie stell ich den Schutz her? Gibt's den hier? Ah. Nein. So. Gibt's den hier? Ich brauch vier Punkte. Äh. Moment. Achso. Fährten. Feuerfest. Okay. Okay. Das funktionierte. Wow. Jetzt geht's aber los hier. Woah. Kopf ab. Feuer. Feuerstein. Ew. Bis zum nächsten Feuer. Komm. Laufen. Okay. Okay. Ich hoffe, da ist nur einer. Kaboom. Jupp. Hier war nur einer. So. Alles durchsuchen. Alles mitnehmen. Huuu. Wuhuuu. So. Alles durchsuchen. Wuhuuu. Wuhuuu. Da müssen wir hin. Da ist einer. Und da sind zwei. Nein, ich meinte einer. Haha. Dass das keinem von dem auffällt, ne? Das wundert mich. Das wundert mich. Aaaaah Au fuu Kuckuck Kuckuck So, war's das? Da noch mehr Hallo? Äh, bin grad voll konzentriert, sorry Halt doch mal die Fräse da draußen, Hund Danke Hör mich am konzentrieren Versau's grad Was? Erschreck mich da nicht so War noch grade was Ja, ist gut So Alles absuchen Ich geh auf Nummer sicher diesmal Da Genau deswegen So, hier oben Au! Okay, da oben ist noch einer What? Ehrlich? Gott, ey, das war doch nur minimal Ich will den da oben angreifen Danke Habe ich den nämlich aus dem Blick Ah, Mist, da oben ist noch einer Den muss ich irgendwie weg, sonst hab ich hier echt Party am Strand Tup, 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 tup Tup, 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 tup Erf ich nicht den überhaupt Huuuuh Oh, war das gut. Voll stealth. Offener Kampf ist nicht immer besser. Aber erhöhte Position und darum umso mehr. Ups. So, gib's mir. Roshi, du bleibst unten. Du checkst unten alles ab. Genau so. Du kannst auch wärmen. Danke. So. Daj. Das war knapp. Wow. Tiefflug. Ist hier irgendjemand? Hallo? Da. Sonst noch? Da. Der ist gelb. Ja, 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 ja. Guck, guck. Jetzt suchen sie. Oh, ein bisschen tiefer. Nein. Ach, komm schon, wirklich? Boah. Ach, komm schon. Stück nach links. Danke. Oh, ist nicht sein Ernst? Boah. Machen wir es halt ganz so. Kurz aufwärmen. So. Uschi, geh mal da hin. Und so. So. Soh. 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 Wo sind denn die? Hä? Kurzgebiet abchecken. Da ist einer. Moment mal. Guck, guck, guck. Bestie und Kids. So, läuft doch. Zack, so. Jetzt mal kurz alle Toten hier absuchen. So, liebe ich das. Schön taktisch, schön ruhig. Tasche voll. Marsch. Ja, ja. Bis. Nettes Geschenk, aber ich brauch das nicht. Komm. Wupp. Beinahe runtergefallen. Ziegeute. Au. Tasche für Tierfett fast voll. Gott, ich bin echt gespannt, wie der Endboss dann hier sein wird. Hartholz. Oh, alles einsammeln, ne? Man weiß ja nie. So, wie kommen wir denn hier rüber? Da, Brücke. Da muss ich ja auch hin, ne? Let's go. Da sind bestimmt wieder welche. Oder? Moment. Eule. DL-Post. Hallo. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Da ist einer. Guck, guck. So. Also, ich muss sagen, das läuft. Da muss ich hin. Dann geh ich da auch hin. Hä? Bei denen brauche ich das. Pssst. Macht doch nicht so einen Krach. Hallo. Wo komm ich denn da hin? Ja, ist ja gut, Oshiii. Wir wissen alle, dass du da bist. Hier ist genug Essen. Hau rein. Okay. Das heißt, ich muss da links hoch. Dem Weg folgen. Folgen. Nicht, pff. Folgen. Ab. 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 Echt. Ich weiß nicht, aber das kann doch nicht sein, dass hier ist das Lager von denen. Hallo? Kann doch nicht nur so wenig hier rum eiern. Fleisch nehmen Moment Wusst du was? Das ist gut Hast du Alpes Kriegst du keine Streisere Einheit Okay Viel zu sammeln Wenig zu töten Was ist hier los? Ist es das da? Kein Problem Kein Problem Da war doch was Erobern Erstmal die Gegend abchecken Eins Zwei Ehrlich? Wow Da soll ich hin? Nicht hier? Okay Dann Tun wir dies Das sind sowieso Zivilisten Haha Haha Ja Weiß ich schon Weiß ich schon Was meinst du? Wo ich die ganze hier machen spiel? Tasche für Harz Also So jetzt nicht mehr Gut dann gehen wir mal in die Richtung Ich seh hier keinen Ich seh hier keinen Doch da Doch da Das ist doch noch einer Ja Schön die Gegend Auschecken Was hier für Viecher rumlaufen Okay Okay Wir erledigen erstmal die drei da Ja Pst Oder machen wir erst mit Bäh So Oh What? Geil Die haben nicht mal gecheckt wo ich bin So liebe ich das Ladies and Gentlemen Ich hol mir meine Pfeiler aber wieder zurück Sollte mir ja voll Sollte mir ja voll Ich sollte vielleicht erst sammeln und dann Ähm Bauen Taschen für diesen Gegensamplein Ja Ist ja gut Moment Wupp Wupp Komm her So dicker Großer Moment Kurz den See abchecken Okay ist nichts Ich kann rüber Ich brauche mal kurz ein Feuerchen Ich brauche mal kurz ein Feuerchen Hallo Feuer? Ja? Welchen Schreiber Schreiber Scheibe 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 Ich muss mich scheiße aufwärmen Alter Alter Boah Boah Ja, ja, komm hier, warte Mann Gleich direkt So, schnell, wo ist er Boah Ich muss mich mal kurz wärmen Boah Boah Komm schon Aaaaah Ey, jetzt reicht's aber langsam, ne? Kommt ein tube Très des hommes Oder so. Yeah, und es gehört mir. Was ist das jetzt? Wo ist denn der Big Boss? Hä? Wo ist der Big Boss? So, komm mit Uschi, wir gehen jetzt den Boss vernichten. Oh, Klusch. Kommt ein Stückchen noch. Naah. Guck, guck. Wenn du nicht kommst. What? Ja komm, greif an. Wer sieht mich denn hier? Du sollst den da angreifen. Danke. Oh, fuck. Alter. Es geht nie ab. Why do you blutding nicht? Ah, jetzt. Komm, den will ich jetzt haben. Hm. Wo ist er? Ja. Bäm. Das schon voll. Du kannst nichts mehr nehmen, Mann. Oh, das ist aber toll. Nicht. Toll. Toll. Darüber muss ich jetzt. Zack. Zack, 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 zack. Wie komm ich jetzt am besten darüber? So. Cool. Also, wenn du so aus einer gewissen Höhe springst, ins Wasser, macht der halt diesen Körper rein. Finde Uhls Höhle. Und finde Uhls Höhle. Erstmal checken wir hier alles aus, wie wir da hinkommen. Also, wir können direkt hier rechts rum. Da sind zwei. Da ist einer. Da ist einer. Sniper. Da. Ein gepanzerter. Hier ist ja gar nichts rotes. Super. Da. 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 Oh. Äh. Orientierung verloren? Da. Doch, warte mal. Der Sniper ist rot. Den können wir holen. Gott, da ist ja noch einer. Oh. Guck, guck. Guck, guck. So, ich muss irgendwie... Du bleibst da! Okay. Ich muss sagen, wir schauen, dass ich hinter ihm komme. Bleib doch mal steh'n! Wir werden mich ja jetzt verarschen, ne? Wir werden mich ja jetzt verarschen. Wir werden mich ja jetzt verarschen. Ähm, ja, volle Gesundheit bitte! Aua! Ah, scheiße! Ich brauche Feuer! Aua! Aua! Ehrlich? Das ist jetzt nicht deren Ernst! Oh, ich brauche Wärme! Ich kann sonst vorher nix machen! So, wo ist der Nächste? Boah, dass die mal zwei Schläge brauchen! Oh! 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 Komm her! Komm her, komm her, komm her, komm her! Tu mal Hä, wieso heilst du nicht Komm schon ran Heile Nochmal Bist du voll? Gut Ähm Ja Tierhaut Schön Was will denn jetzt? So Kurz anwärmen So Alles parat Oh Ich brenne schon wieder Ich brenne Okay Dann gehen wir mal ab in seine Höhle Würde ich mal sagen Und somit willkommen zur Endcard Danke dass ihr dabei seid Falls es euch gefallen hat Wisst ihr was zu tun ist Streichelt mal liebevoll den Like Button Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt Dann push den Abo Button Wir sehen uns dann in der nächsten Folge Und ich freue mich auf eure Kommentare hierzu Machs gut und ciao Ciao Ich bin ein